Rustikal und dennoch edel. Die Interliving Schlafzimmerserie 1022 ist im derben Korpus Eiche Barrique gefertigt und wird kombiniert mit sanften Fronten mit Absetzungen in Mattlack. Zum Schlafzimmer gehören ein Doppelbett mit stehenden oder schwebenden Nachtkonsolen, ein Drehtürenkleiderschrank und eine Jumbo-Konsole. Das optische Highlight der Serie die exklusiven Hirnholzfurniere in der Bauchbinde des Kleiderschranks und als 3D-Absetzung am Aufsatzpanel der Nachtkonsole. Das exklusive Polsterkopfteil des Doppelbetts im Stoff Anthrazit eignet sich perfekt zum Anlehnen. So steht einem gemütlichen Leseabend nichts mehr im Weg. Alternativ können Sie sich auch für ein Holzkopfteil mit einer Absetzung aus Hirnholzfurnier entscheiden. Durch den großzügigen Kleiderschrank und die Jumbo-Kommode bekommen Sie maximalen Stauraum für Ihr Schlafzimmer. Auch das Bett können Sie mit zusätzlichem Stauraum ausstatten, durch optionale Bettschubkästen oder Springaufrahmen. Die Interliving Schlafzimmerserie 1022 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und hat fünf volle Jahre Herstellergarantie. Interliving. Möbel für mich gemacht.